...aufweichen, von daher, bevor wir mit der Vorstellung der weiteren Kandidaten fortschreiten, rufe ich einfach mal um die Ecke. Paula, bist du noch da? Also, wie gesagt, ich kriege ja eine Krise heute, aber ich habe ja jetzt gehört, es gibt ja wieder Licht am Ende von einem Tunnel heute. Wir haben ja jetzt die Lichtgestalt, die alles richten wird. Ja, nicht das Merkel, unsere Perle aus der Uckermark. Na gut, bleiben wir doch lieber bei der Wahrheit, schon eher das Fernhuhn aus der Uckermark. Also, nee, das meine ich nicht. Also, die Lichtgestalt mit Tunnelblick, das ist natürlich... Ich sollte jetzt beginnen, die Musik. Ja, jetzt lachen sie wohl. Aber fast jeden siebten von Sie hat den gewählt. Ja, gucken Sie sich ruhig mal um, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sie sagen, nee, aber das sagen jetzt alle, damit es wieder keiner gewesen sein soll. Also, ich meine, ich verstehe es ja auch nicht wohl, aber eine Mehrheit in unser Land wählt wohl nach das Motto, mach den Bock zum Järtener, dann scheißt er dich zumindest nicht in Hausflur oder so. Aber das ist ja schon ein bisschen, als wie ob du dich in der Metzgerei Salmonellen, Kakerlacken und die Kretze holst und trotzdem immer wieder hinliefst, nur weil in Schaufenster das Schild steht, wir können es aber besser. Also, ich muss schon sagen, so ein bisschen macht mich der Regierung schon Angst. Also, nicht nur wegen die Sprechpuppe Hido und das Merkel, also Kasperle und sein Gretel, diese Trittrat, hulala. Nee, sondern vor allem auch wegen diese ganzen Halunken, die jetzt wieder in Hintergrund des Strippes ziehen. Das war ja früher schon schlimm genug mit dieser Vampirrach, Ackermanns und Schremswollen. Da hatte man ja immer ein bisschen das Gefühl, da den Strafverfahren wegen Bestechlichkeit, Korruption und Vorteilsnahme so was wie die Einstellungsvoraussetzung für den Job als Regierungsberater ist wollen. Und besser scheint, das geht's auch nicht zu werden, wenn man hört, dass unsere Regierung ausgerechnet den Betreiber von die drei marodesten Kernkraftwerke und die größte Kohlekraft-Dreckschleuder überhaupt in unser Land zum Klimaschutzberater gemacht hat. Wattenfall, äh, Wattenzufall, das gibt's auch marode Atommeiler wieder in die Zukunft, dann. Aber da kriegst du doch die Krise. Wissen Sie, wat unser Nichte, dat Nicolle, dat zu sagen teet? Wissen Sie wat? Dat solltetse doch selbst sagen. Dat is nämlich heut zufällig hier. Wollt mich ein bisschen zu Hand gehen, heut? Ich hole mal grad, heut? Ey, Mann, ey! Voll Kraft, ey! Hier bin ich geboren und laufe meine Straßen, kenne die Plakate mit den immer gleichen Narben. Das gleiche Lächeln, die Lüge im Gesicht spricht. Alles wird gut, ey, Mann, hör auf, ich glaub dir nicht. Optimismus könnte auf jeden Haar. Entlage stehen wir alle wunderbar. Nein, nicht der Salzsturm, der Konzernchef strahlt. Ja, gut bedient wird wer am besten zahlt. Die Politik läuft wieder lockerflockig wie geschmiert. Der Lobby ist dann heimlich schon, der kurz diktiert. Risiken werden einfach weggelacht. Kraftwerke wieder sicher entlangt. Doch am Ende der Straße stürzt ein Haus in den See. Die Assen soll abkornig, brüttlich nicht. Die Krümmelung und Drüttel macht mal wieder Knall. Das soll's Hauptsache, die Kohle stimmt bei Waffenfall. Ganz Haus verziehen, ein Haus in den See. Ey, Mann, ey, voll krass, ey. Peace, ey.